Ich danke Bernier Renner für die Unterstützung unserer Wohnoffensive. Es ist wichtig, dass wir ein Areal entwickeln können, wie das Vierfeld, das Mittelfeld, das Gaswerkareal. Aber genauso wichtig ist es, dass wir Liegenschaften kaufen können. Das ist mit diesem Rahmenkredit möglich. Wir können so sicherstellen, dass die Miete günstig bleiben. Es ist mir klar, dass es nicht so einfach ist, die Liegenschaften auf dem Markt zu finden. Aber wir werden sicher alles daran setzen und haben jetzt auch die nötigen finanziellen Mittel.